Ich entschuldige mich. Bitte, lass mich einfach gehen. Leb wohl. Hey, was guckst du dir denn da an, Yugi? Diesen Artikel hier. In dem Artikel steht, dass sie alle spurlos verschwunden sind. Ich habe gelesen, dass an einer Stelle 50 Menschen auf einmal verschwunden sind. Wie auch immer, lasst es euch schmecken. Aber wem schmeckt schon sein Essen, wenn da draußen irgendwer lauter Menschen entführt? Vielleicht werden wir auch schon beobachtet. Ich habe die Macht, eure erbärmliche Welt in etwas Herrliches zu verwandeln. In einen Ort, an dem ihr nicht zu existieren verdient. Auf Nimmerwiedersehen! Daraus wird nichts. In Ordnung, ich ziehe! Du bist erledigt! Ich glaube nicht! Entfessle deine Zaren, Blauäugiger! Oder. 06. Und jetzt wird er von uns rubriert. 50% ist aus. Untertitelung des ZDF, 2020